Mein Name ist Adrian und in diesem Video geht es um genau das, was ich hier gerade mache. Und zwar sprechen vor der Kamera. Mittlerweile habe ich über 500 Videos vor der Kamera moderiert und möchte dir in diesem ausführlichen Video meine Erfahrungen mitgeben, die ich über diese gesamte Zeit gemacht habe. Und die erste Erfahrung ist eigentlich das, was ich hier schon die ganze Zeit mache. Und zwar direkt in die Kamera, direkt in die Linse reinzusprechen. Ganz viele Leute schauen erstmal neben die Kamera aufs Display, hängen sich irgendwo einen Text hin und schauen dann dahin. Das kann ich absolut nicht empfehlen. Du lernst einfach mit der Kamera zu spielen, mit der Kamera zu sprechen über die Zeit. Und da ist es ganz wichtig, wirklich den Blickkontakt zu halten und direkt in die Kamera reinzusprechen. Und wenn du dann mal einen Blick hier rüber wirfst auf deine Notizen, dann ist das auch überhaupt gar kein Problem. Aber du solltest nicht versuchen, irgendwie so zu tun, als würdest du in die Kamera schauen, aber gar nicht in die Kamera schauen, sondern aufs Display. Oder im schlimmsten Fall noch, dir einen Teleprompter besorgen, obwohl du gar nicht geübt bist mit dem Teleprompter. Da brauchst du wirklich Einarbeitungszeit. Du musst wirklich überlegen, wie kann ich mich vielleicht von einem Profi coachen lassen, sodass mit einem Teleprompter ich auch wirklich gut arbeiten kann. Was ist ein Teleprompter? Ein Teleprompter ist eine Art Glasscheibe. Da kann ich drauf schauen. Die Kamera sieht das Ganze nicht, aber der Text läuft für mich entsprechend ab, sodass ich das Ganze ablesen kann. Aber das wirklich natürlich rüberzubringen für Social Media, für Online-Videos, ist auch sehr, sehr schwer. Und dementsprechend muss man da auch viel üben, genauso wie man für das freie Sprechen viel üben muss. Man hat nur einen Teleprompter mehr. Was kann ich noch als Tipps hier mitgeben? Das sind die einzelnen Steps. Sich tatsächlich einzelne Steps hier aufzuschreiben und so vielleicht eine Art Prozess zu skizzieren, einzelne Punkte zu skizzieren, vielleicht drei Punkte, fünf Punkte, sieben Punkte, zwölf Punkte. Du kennst das von ganz vielen YouTube-Videos und das macht es dir natürlich dann auch einfacher, dich daran entlang zu hangeln, dir die Punkte zu notieren und dann den einzelnen Punkt vorzutragen. Und du kannst natürlich auch zwischen den einzelnen Punkten wunderbar schneiden, ohne dass es großartig auffällt. Und der nächste Punkt ist auch unglaublich wichtig und zwar kein Perfektionismus. Es kommt absolut nicht darauf an, ob du einen kleinen Versprecher drin hast oder nicht. Du wirst dann kontinuierlich besser und wenn irgendein mieser Versprecher drin ist, wo du am Ende dann sagst, ach, dann mache ich das Video nochmal, dann mach das Video nochmal. Wenn du einen Versprecher drin hast und sagst, okay, ich bin jetzt sowieso, hat es mich sowieso rausgeworfen, ich bin jetzt aufgehalten worden in diesem Video, dann nimm dir kurz Zeit, versuch nicht direkt wieder einzusteigen, sondern nimm dir kurz Zeit, überleg, wo du warst, überleg, welche Punkte du zu hören angesprochen hast, nimm dir wirklich Zeit und Ruhe und mach dann weiter. Aber lass ruhig die Kamera weiterlaufen, lass die Kamera weiterlaufen, beschäftige dich nicht mit einer Technik, sondern mach die Augen zu, überlege dir, wo war ich gerade, wo kann ich den Faden wieder aufnehmen und dann geh wieder in die Story rein. Der nächste Punkt ist, habe eine klare Persona im Kopf. Was meine ich damit? Entweder, du kennst diese Situation wahrscheinlich, du erklärst deiner Opa, wie eine bestimmte App zum Beispiel funktioniert, auf dem Handy. Oder du erklärst deiner Mutter irgendwas. Oder du erklärst irgendeinem Kunden irgendwas während einem persönlichen Gespräch. Und in der Regel findest du da sehr, sehr gut die Worte, weil du weißt, auf welchem Stand ist die Person, wo kannst du vielleicht anknüpfen, an welche Assoziationen kannst du anknüpfen. Und genau das ist vor der Kamera unglaublich schwer, weil es ist einfach eine Kamera und ich muss da rein senden, aber ich bekomme kein Feedback. Ich bekomme nicht, hm, aha, hm. Und das ist das Wichtige, dass gerade bei so längeren Videos wir uns einfach vorstellen, dass das eine Person ist und diese Person kennen wir vielleicht sogar und dieser Person erklären wir das dann. Natürlich verwenden wir nicht deren Namen, aber wir holen uns auch mal Feedback von der Person, ob die Person das entsprechend verstanden hat und wir versuchen immer an diese Person zu denken und uns mit dieser Person zu verbinden, bevor wir mit dem Video starten. Und wenn du nicht eine menschliche Person hast, die du kennst, wo du sagst, für die mache ich dir Videos, dann versuch zumindest eine sogenannte Persona zu entwickeln, also einzelne Punkte aufzuführen, einzelne Charaktermerkmale, einzelne vielleicht Vorkenntnisse, die diese Person schon mitbringt, damit du die Person wirklich richtig adressieren kannst und auch weißt, zu wem du hier sprichst, weil es ist nicht nur ein Kasten, sondern es sind natürlich die Personen auch dahinter. Der nächste Punkt ist, dass du wirklich gut dir überlegst, wie du in das Video rein startest und wie du aus dem Video wieder rauskommst. Das Reinstarten ist erstmal unglaublich wichtig, weil die meisten Menschen online ja anhand von den ersten Sekunden entscheiden, ob sie sich das Video anschauen oder nicht. Das heißt, du musst schon den Wert, den du mit dem Video liefern möchtest, in den ersten Sekunden wirklich authentisch rüberbringen, sodass derjenige wirklich sagt, okay, darauf möchte ich mich jetzt einlassen und dementsprechend kannst du durchaus auch hingehen und überlegen, ah, wie mache ich den Anfang? Vielleicht zwei, dreimal versuchen, vielleicht auch mal jemanden fragen, würde dich das Video jetzt ansprechen mit so einer Anmoderation? Da gerade zu Beginn so ein bisschen mit rumspielen, der Anfang ist super wichtig, dann trägst du deine ziemlich frei, deine ganzen Sachen vor und am Ende musst du dann wieder überlegen, wie komme ich aus der ganzen Geschichte wieder raus, weil es gibt so viele Situationen, in denen ich auch schon war, in denen ich einfach weitergeredet habe, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus, wie komme ich jetzt, beende ich dieses Video, ja, und dementsprechend habe entweder, naja, ein gewisses Profil, wie du am Ende immer endest, so wie ich das hier bei meinen YouTube-Videos zum Beispiel mache, oder überlege dir konkret, wie kommst du aus der ganzen Geschichte am Ende wieder raus. Dann der nächste Punkt ist, gehe in eine gewohnte Umgebung, das hier ist mein Büro, das ist mein Arbeitszimmer, hier beschäftige ich mich genau mit diesen Themen, die ich auch in meine Videos packe, das heißt, ich setze mich hier hin, bereite es schon vor, denke in diesem Raum, überlege, probiere auch mal was aus, ja, es ist nicht immer hier so ganz so aufgeräumt, ja, sondern ich probiere hier auch mal was aus, bastle was, und das ist meine gewohnte Umgebung hier, ich bin hier am Whiteboard und so weiter, ja, und dementsprechend fühle ich mich hier auch wohl und vertraut, bei dir ist das aber vielleicht nicht in so einem Studio-Setting der Fall, sondern bei dir ist das vielleicht draußen der Fall, oder das ist bei dir im Garten der Fall, also immer überlegen, wo sind tatsächlich auch Orte, an denen du dich wohlfühlst, und die für dich thematisch auch mit diesem Thema verbunden sind, ja, also wenn du jetzt Tischtennistrainer bist, und in der Tischtennishalle das Ganze machst, ist es für dich was ganz anderes, als wenn du jetzt die Tischtennisplatte einpackst, und in irgendein Videostudio gehst, und die du dort aufbaust, dann fällt es dir viel schwerer da, thematisch verbunden zu sein, mit den entsprechenden Themen, das ist zumindest das, was ich bei mir beobachten konnte, und das nächste Thema ist, nehme dir wirklich Ruhe für die Aufzeichnung, ja, ich habe es immer wieder, und ich mache den Fehler immer wieder, dass ich sage, ach, jetzt nehme ich mir noch mal eine Stunde, und mache YouTube-Videos, das ist nicht die beste Herangehensweise, block dir wirklich mal einen halben Tag, oder Tag als Anfänger, und beschäftige dich mit dem Thema Videoproduktion, mache die Vorbereitung von dem Video, mach ein Video, mach nochmal eine Nachbereitung von dem Video, und nimm vielleicht das gleiche Video auch nochmal auf, ja, also nimm dir wirklich Zeit für so ein Video, denk das wirklich komplett durch, und nimm dir wirklich mal einen halben Tag, oder Tag, wo du nicht schon die ganze Zeit an den nächsten Termin denkst, oder an die nächste To-Do denkst, sondern wirklich mal dich voll und ganz in dieses Thema Videoproduktion vertiefen kannst. Und der nächste Punkt ist, versuche das, was du erklärst, wenn du es frei erklären möchtest, irgendwie zu visualisieren, das heißt, du hast irgendwas, was du anfassen kannst, was du zeigen kannst, was du visualisieren kannst, um einen gewissen Prozess dann zum Beispiel zu schildern. Das kann zum Beispiel eine Kamera sein bei mir, dass ich die mit auf dem Tisch habe, und erkläre, so und so funktioniert das. Einfach, das hat auch wieder was mit der gewohnten Umgebung zu tun, dass ich einfach was habe, wo ich es anfassen kann, oder auch einen Prozess im Kopf habe, den ich schon mehrfach gegangen bin, den ich dann einfach erklären kann, zum Beispiel in der Software. Also nicht das Ganze so steril machen und diese ganzen Assoziationen und Anknüpfpunkte, die du normalerweise in deinem Arbeitsumfeld hast oder vielleicht auch in deinem privaten Umfeld hast, einmal cutten, sondern dass du hingehst und wirklich sagst, wie integriert sich das bei mir? Wo sind die Punkte, die ich sowieso kenne, wo ich sowieso mit verbunden bin? Und dann lässt sich das Ganze auch viel besser in einem Video aufgreifen. Der nächste Punkt ist, dass wir versuchen, wirklich zu diesem Thema, zu dem wir sprechen, absolute Experten zu sein. Das heißt, wir schauen uns auch andere Videos an, wo andere Leute zu dem gleichen Thema sprechen. Das heißt, wir halten vielleicht Vorträge oder reden sehr viel mit Menschen über diese Thematik. Und das hilft uns natürlich, ein gewisses Vokabular aufzubauen, ein gewisses Verständnis aufzubauen für Erklärungen. Und das hilft uns dann, das Ganze gegenüber der Kamera auch zu präsentieren. Das heißt, eins zu eins Leuten das erklären, was du in dem Video erklären möchtest. Das hilft dir auch dabei, dann nochmal ein Feedback zu bekommen und Dinge nochmal anders zu erklären. Vielleicht Vorträge dazu zu halten, um Dinge zusammenzufassen, um Dinge zu veranschaulichen. Und das kannst du dann auch wieder in Videos packen. Aber auch dir andere Leute zu diesen Themen anhören, anschauen, aber vielleicht auch entsprechende Artikel lesen oder andere Medien nutzen, um einfach da Input zu bekommen, sodass du Experte bist in deinem Thema und das dann auch richtig gut verkörpern kannst. Und der Experten-Tipp Nummer eins ist eigentlich, dich spiegelverkehrt zu sehen zu deinen Zuschauern. Was meine ich damit? Ich habe jetzt links und rechts ja vertauscht im Vergleich zu euch. Ihr seht mich ja andersrum, ihr steht ja mir gegenüber. Und das habe ich von Leuten gelernt, die auf großen Bühnen sprechen. Die zeigen dann zum Beispiel eine aufsteigende Kurve, nicht so, wie sie für sie selbst richtig wäre. So ist eine aufsteigende Kurve aus meiner Perspektive richtig, weil ich ja von links nach rechts lese. Und so ist eine aufsteigende Kurve für dich jetzt als Zuschauer richtig rum. Ja, genauso wie das hier für dich links ist, wobei hier meine linke Hand, meine Uhr auf der linken Seite ist. Ja, dementsprechend, das ist wirklich der Experten-Tipp Nummer eins. Da struggle ich auch immer wieder dran. Aber wenn du das noch beherzigen kannst, dass das hier der erste Punkt ist und das der zweite Punkt. Ja, anstatt andersrum, das hier der erste Punkt für dich links nach rechts und das hier der zweite Punkt. Also das kann dir auch nochmal helfen, das Ganze rüberzubringen und so wirklich in Verbindung zu gehen mit deinen Zuschauern. Und der letzte Punkt, den ich echt nochmal hier mit auf den Weg geben möchte, ist Übung, Übung, Übung. Ich habe jetzt über 500 Videos, wie gesagt, hier vor der Kamera gesprochen und es ist immer noch ein Struggle, mich vor die Kamera zu begeben. Immer noch habe ich irgendwie hier einen Pickel und denke so, ah, geht das jetzt? Ist das okay, jetzt so vor die Kamera zu gehen? Habe immer wieder diesen Perfektionismusanspruch, habe immer wieder die Frage, hilft das denn genug, ist es wertvoll genug für ein Video? Und genau das ist das, was einen immer weiter plagt, aber wo man ein bisschen Routine entwickelt und gewisse Dinge abgeben kann an diese Routine, dass es automatisch funktioniert. Und dementsprechend kann ich einfach nur den Tipp geben, Routine aufbauen und dementsprechend auch regelmäßig etwas tun. Das heißt, wenn du jetzt dich eine Woche einschließt und eine Woche richtig Hardcore Videoproduktion machst, dann drei, vier Monate gar nichts machst und dann wieder eine Woche einlegst, dann wirst du merken, da ist nicht so viel hängen geblieben. Aber das, was ich auch versuche, ist eigentlich jede Woche vor der Kamera zu sein und damit kontinuierlich die Fähigkeiten auszubauen. Denn eins kann ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben, das Sprechen vor der Kamera ist ein unglaublicher Skill, der in der Zukunft noch viel wichtiger sein wird, wenn du deine Botschaften tatsächlich in so einen Kasten reingelabert bekommst und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder selbst Tipps hast, dann pack die gerne in die Beschreibung. Ich würde mich sehr interessieren, ob du mir da auch noch mal was mitgeben kannst, die ein oder andere Sache, auf die ich vielleicht noch achten kann und dann können wir uns da gegenseitig unterstützen. Wenn ich dir mit diesem Video weitergeholfen habe, lass gerne auch eine positive Bewertung da und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!